Unglaubliche Dramatik. Alle waren bisher klar auf Seiten von Arthur Abra. Es könnte ja sein, dass das Kiefergelenk da in Mitgliedschaft bezogen worden ist. Er wächst weiter. Er wächst weiter. Was für ein Kampf. Was für ein Abend hier in Wetzlar. Aber das kann er nicht zwölf Runden durchhalten. Nicht mit der Verletzung. Vielleicht muss er jetzt wirklich alles auf eine Karte setzen. Ganz schön die Situation für Arthur Abra. Da kommt die Linke. Die Lächte. Mit der ganzen Wut des angeschnallenen Boxers. Alles okay. We're going, man. Was holst du denn aus? Was holst du denn aus? Es geht um alles, was du verloren. Die Glocke rettet nicht. Aber jetzt ist es vorbei. Es geht um alles, was du denn aus? Du bist du denn aus? Wir wollen nicht mehr. Du bist du denn aus? Es geht um alles. O.B.A.R.A.M. Was den Willen anbelangt, fällt meisterlich verdient. Alexander, sein Bruder hat Tränen aufgelöst. Er ist gerade glücklich, dass sie vom Ball sauer ist. Schulterklopfen. Alexander, ich hab meine Chance. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020